Hallo meine Freunde, Willkommen zurück zu Overwatch. Wir spielen gegen den bösen Yeti mit unserem Timmy. Hallo. Jetzt laufe ich nicht mehr da rüber, sondern da entlang, weil so sperrt man wieder wer mit einer Wand alles zu. Okay. Da, 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 da. Ja, der hat auch genug von Wänden vor sich wahrscheinlich. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, wo? Wer ist bei euch da? Wenn man am Anfang immer da herkommt. Das sind alle so... Ziemlich. Einsperren! Nein, jetzt blockiert mich die Wand. Scheiße. Diesmal müsst ihr das Eis brechen. Ach, Mist. Ich schläge hier eine Falle hin. So. Da, das dritte. Wir haben alle Fleischstücke gepressen. Wir wollen dich nur zu dir. Oh, jetzt ist er schon fertig. Kommt aus, dass ihr euch nicht erwischt. Abdullah hassa. Nein! Na, hat keiner, warum hat der gewusst, dass ich da oben bin. Magic. Das glaube ich auch. Nein, ich wollte schon wieder sprinten. Scheiße. Naja, das passiert nicht. Oh, dann passiert wirklich nichts. Wenn du deine Ulti hast, also sie trappt, dann leg sie in die Mitte. Wie die Leute immer vergessen sich zu heilen, oder? Haha! Ja, ich kann mich jetzt nicht heilen grad. Ja, ich kann mich jetzt nicht heilen grad. Wie ist denn meine Falle gekommen? Das ist aber viel verloren, gell? Das ist aber wie. Wo ist er denn jetzt hin? Los! Alla Elysium! Spot mal! Cool. Falle liegt in der Mitte. Perfekt. Der hat gewartet dort. Geht auch in die Mitte, oder? Tut er eh. Ja, sehr gut. Hallo! Erwischt! Hey! Dabei! Schön! Wunderschön! Gut! Wieder was! Wir sehen uns in der nächsten Runde, meine Freunde! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ciao! So habe ich gesehen. Tschüss! 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 Allausend!